Yo, was geht, was steht, meine Lieben. KevKev1 am Stisse hier mit dem neuen Gameplay von Assassin's Creed. Wie Sora Hikara auf YouTube. Ja, Junge, mein Kollege ist hier chill. Wir haben hier gechillt und wir spielen gerade Xbox One bei ihm. Assassin's Creed 4. Und der Multiplayer, der sowas von scheiße ist, sagt er, ich liebe ihn. Was ich meine, Assassin's Creed 3 geschlossen. Hier habe ich total verkackt. Also es ist eine 5-minütige Killrunde bei Kopfjagd, die ich vielleicht gewinne. An den Punkten her sieht man ja, dass ich im Rückstand liege. Aber die Runde ist auch keine Beweis der Leistung. Ich wollte einfach mal ein bisschen was loswerden. Erstens, ich bin zurück. Also ich und mein bester Freund, also einer meiner besten Freunde, machen bald auch YouTube-Videos. Und hier wollte ich meinen zukünftigen Kanando schon mal ein bisschen promoten. Ich weiß noch nicht, wie das wieder heißen wird oder so. Und hier mache ich irgendwie Klappträge, um den Loop hier zu locken. Aber verkackt total. Dann kenne ich ihn in die Akro. Also was ich alles sagen wollte. Erstens mal wollte ich sagen, dass ich zurück bin. Das ist krank spontan, was hier gerade abgeht. Auf jeden Fall. Die Runde ist abgrundtief scheiße. Aber irgendwann muss man ja nach zwei Jahren mal wieder was auf YouTube bringen. Alter, ich spiele wie ein totaler Scheißen. Auf jeden Fall. Ja, was gibt's Großartiges zu sagen. Scheiß. Oh, egal. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr das Kommentar abzubrechen. Auf jeden Fall. Oh, das ist eine geile Szene. Der Typ wollte mir den Rippen. Der killt dann ein CV und ich vergifte den und krieg den Gift killen. Also hier, ich glaube der ist AFK, aber ich nudel den nicht. Ah ne, der ist nicht AFK. Ich verkleide. Verklippen, wie man so schön fragt. Einen Spaß. Und das Spiel mit Piss. Der Piss, der macht gar keinen Bock. Hier wollte ich den irgendwie... Ah, hier, auch fand ich meinen Knife, damit der den kriegt. Ah, und hier mache ich immer wieder den Ripship Parry-Intrink, wie man ihn so schön nennt. Ah, das ist eine geile Szene. Guckt euch die an. Ich smoke den. Dann nehme ich den erstmal halbfokus, wie der Blackkuma sagen würde. Jetzt mach ich hier schon wieder Schleichwerung für irgendwelche Leute. Ich denk witzig. Übrigens, ähm, es wird hier gerade... Keine Ahnung, was gerade hier ist. Ähm, ja. Ah, hier, hier, das ist ne böse Stelle. Hier verkacke ich ja den Grab erstmal. Richtig, bitte. Ach du Scheiße. Ich spuck dir gleich auf den Kopf. Aber ich glaube in der Runde passiert nichts mehr geiles. Das ist einfach nur ne Runde für als Infovideo. So mit meinem zukünftigen Kanal. Ich weiß nicht, ob ich hier später irgendwann noch was... Ah, das ist geil, Double Silent. Aber das sind auch die übelsten Noobs, die hier sind, ne? Das ist klar. Also, auf der Xbox One findet man rein gar keine Lobby. Das ist richtig scheiße. Ich hab grad... Ich wollte... Ich hab sogar für... Ah, hier wurde ich geregst. Ich hab sogar für Artefack gestimmt. Aber die haben für Manhunt gestimmt. Und ich hab... Vor ich ne Manhunt Lobby hatte, dauerte das irgendwie... Keine Ahnung. Mein Kollege hat sich auf den Anruf getätigt. Dann, äh, hab ich erst ne Lobby gefunden. Richtig bitter. Ich war davor noch dreimal scheißen. Ja, und er war noch scheißen. Das war noch das aller... Guckt euch die Szene an. Guckt euch die Szene an. Ich kill den Haul auch mal. Ich dachte, der ist da in der Menge. Ich glaub, ich verkack ihn nicht. Ich glaub, das schau ich. Ah, Junge. So. Ich... Ich hoffe, ihr... Euer... Euer... Äh... Äh... Trommelfeld. Genau. Das ist... Jaja, ich weiß. Das ist richtig scheiße. Ne, mein Kollege erklärt mir einfach was. Interessant. So. Ah, 30 Sekunden noch, Leute. Vielleicht nehm ich sogar noch ein Part auf. Wer weiß. Aber... Ich werd jetzt auf jeden Fall öfter Miniclips bringen. Aber... Ob der Kanal hier weiter so mit... Äh... Mit Let's Play's ausgebaut wird, weiß ich nicht. Natürlich mit dem Beecher... Junge, halt mal die Fresse dahin. Junge, du... Dich interessiert keiner, die... Ah ja, ich mach hier noch Schleichwerbung für Sorai K. Der auch vor kurzem sein... Äh... Ding geöffnet. Es tut mir leid, Leute. Das Gameplay ist gleich schon wieder vorbei. Und... Joa... Also, Sorai K. Da unbedingt mal reinschauen. Vielleicht promote ich nächstes Mal noch ein paar andere. Und dann kann er dies verdient haben. Auf jeden Fall, das war jetzt erstmal ein Ankündigungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.